Ganz egal, welche Linux-Distributionen du nutzt, eines haben sie alle gemeinsam, den Kernel. Das ist der zentrale Baustein, der das gesamte Betriebssystem am Laufen hält. Das ist im Prinzip auch das Programm, was als erstes gestartet wird, wenn du den Computer einschaltest. Der Kernel ist dann so die Kernverwaltung des gesamten Computers mit dem Zugriff auf die Speicherverwaltung, die Gerätetreiber und so weiter. Ich habe hier ein kleines Bild auf Stack Overflow gefunden, das das so ein bisschen veranschaulicht. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Der Kernel selbst ist im inneren Ring, dann kommen ein paar Gerätetreiber im zweiten Ring mit ein bisschen weniger Zugriffsrechten, noch mehr Treiber und erst außenrum kommen dann die Applications. Alle anderen Programme, die da laufen, die jetzt keinen systemkritischen Zugang brauchen. Ich habe in diesem Ubuntu Studio den Kernel 5.4.0, Bindestrich 65, Bindestrich Low Latency. Im Grunde sind diese Dinge, die hier ab dem Punkt 0 kommen mit dem Bindestrich und so, das sind Zusätze, die Canonical in den Namen dieses Kernels eingebaut hat, damit man so ein bisschen weiß, welcher Kernel hier eigentlich am Start ist. Und in den meisten Linux-Distributionen liegt der Kernel im Verzeichnis slash boot. Und da habe ich auch einige hier drin, wie zum Beispiel hier dieser 64 Low Latency und 65 Low Latency. Wenn ich das richtig beobachtet habe, werden nach einer Weile hier zumindest in diesem System die älteren Kernels dann entfernt, die also dann nicht mehr gebraucht werden. Und wir können ja auch einmal drauf schauen, wie groß diese Kernels so sind. Wir haben also hier ein Beispiel, der aktuelle Kernel, der hier läuft, hat eine Größe von 11,7 MB. Das ist für einen Linux-Kernel schon relativ groß. Woran liegt das? Das hat damit zu tun, dass Canonical im Prinzip ganz ähnlich wie Microsoft einen Kernel baut, der zu 99,98% auf allen Computern funktioniert, auf den man Ubuntu beabsichtigt, installieren zu können. Also in anderen Worten wird dieser Kernel auf den allermeisten PCs funktionieren. Das hat natürlich auch die Auswirkung, dass dieser Kernel alles drin hat, was fast so geht für die systemkritischen Funktionen, wodurch dann natürlich immer größer wird. Das ist möglicherweise gar nicht so gut, weil viele von den Dingen werden gar nicht benötigt. Das bringt mich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Da gibt es natürlich diese Seite hier, kernel.org. Und möglicherweise kann es sein, dass du in einer Situation bist, in der es eventuell notwendig ist, den Kernel selbst zu bauen. Nicht nur, damit er aktuell ist, sondern weil du dann entscheiden kannst, welche Komponenten sich in diesem Kernel befinden. Und das ist dann total lustig, weil damit der Kernel selbst zu einer eigenen Distribution wird, die man anpassen kann. Wir sehen auf kernel.org ein paar Informationen, wie zum Beispiel hier Mainline ist 5.11 minus RC7. Das ist also ein Kernel, der noch getestet wird. RC heißt Release Candidate, der ist also noch nicht ganz fertig. Woran wir hauptsächlich interessiert sein sollten, ist Stable, also die stabile Version des Kernels. Wird hier ausgegeben mit 5.10.16. Hier gibt es verschiedene Links zu dieser jeweiligen Kernel-Version. Wir wollen einfach den Taborl haben, weil das ist der gesamte Quellcode des Linux-Kernels, der hier mit 111 MB betitelt wird. Den speichern wir uns jetzt einmal und das wird bei mir recht schnell gehen. Blups, da ist er nämlich schon fertig. Diesen müssten wir natürlich entpacken. Das ist ein ganz normales Archiv. Der Kernel ist etwas größer. Das kann auf deiner Maschine, wenn du nicht unbedingt eine SSD-Festplatte hast, deutlich länger dauern. Wie du siehst, ist alleine das Quellcode-Archiv hier 962 MB groß. Also wenn man jetzt daher geht und alle Module in den Kernel kompiliert, dann wird er wahnsinnig riesig. Was sind Module? Das sind im Prinzip Bausteine, die dynamisch in den Kernel geladen und ausgeladen werden können. Das heißt, wenn du einen bestimmten Gerätetreiber brauchst, aber vielleicht nur für eine bestimmte Zeit, weil du nur irgendein Gerät angeschlossen hast, vorübergehend, meinetwegen über USB oder so, kannst dieses Kernel-Modul laden mit dem Befehl Modprobe und später dann auch wieder entladen. Ja, also ein Modul ist etwas, das zwar für den Kernel bereitsteht, aber nicht direkt im Kernel drin ist und auch wenn der Kernel dann beim Systemstart aufgerufen wird, so erst einmal nicht zur Verfügung steht. Du hättest jetzt also die Möglichkeit, dir einen neuen Kernel aus der Konfiguration deines momentan bestehenden Kernels zu bauen, mit Hilfe dieser Konfigurationsdateien, die es gibt. Oder du gehst jetzt daher, wenn du in einer ganz bestimmten Situation bist, wo das Ganze drumherum gar nicht sein soll, dann kann man jetzt einfach, so wie es jetzt ist, einen neuen Kernel zusammenbauen, mit Hilfe eines Befehls. Es gibt Befehle für beide Wege und die werde ich dir jetzt mal zeigen. Um einen Kernel aus der bestehenden Konfiguration zu bauen, also im Prinzip willst du auf das aufbauen, was du momentan hast, und dann entscheiden, welche Features oder welche neuen Features du jetzt in den Kernel übernimmst, ist es vermutlich am besten, wenn du eines dieser Befehle hier laufen lässt. Je nachdem, welche Distribution du hast, kannst du also dahergehen und einmal schauen, ob sich die Kernel in dieser Datei befindet unter slashprog slash config.gz. Bei manchen Distros ist es so, manchmal sind die auch an anderen Orten vorhanden, unter slash boot und slash config oder so. Das muss man herausfinden. In meinem Fall ist die Konfiguration in dem Boot-Ordner zu finden. Das ist eine Datei hier zum Beispiel. Diese Konfigurations-File wäre also die Konfiguration, mit der der Kernel, der hier in diesem System läuft, gebaut wurde. Ich kann also jetzt dahergehen, wenn ich möchte, dass man diese Konfiguration benutzt, um den neuen Kernel zu bauen, kann ich also sagen, cp slash boot und dann slash config und dann die entsprechende Versionsnummer, das ist hier jetzt die 65, minus low latency und dann muss diese Datei heißen .config, so wie hier jetzt, so wie ich das hier geschrieben habe. Weil dann ist der Compiler hier in der Linux-Source sozusagen diese Make-File in der Lage, diese Config-File auszulesen. Und du wirst nicht mehr zu diesen Features, die in dieser Config-File stehen, befragt. Ich kann das jetzt also tun, wenn ich jetzt sage hier ls-hl, dann sehe ich, dass ich jetzt diese Kernel-Config hier habe und könnte dahergehen und diese auch entsprechend benutzen. Wenn du das nicht willst, dann lässt du diesen Schritt weg, sodass du keine Config-File hast. Um diesen Kernel dann auch entsprechend bauen zu können, solltest du sicherstellen, dass du auf dem Computer bzw. in dieser Distribution die entsprechenden Tools installiert hast, um auch Programme im Allgemeinen zu kompilieren. Bei Ubuntu heißt dieses Paket Build Essential mit einem Bindestrich. Da ist dann alles drin, was du brauchst, um generell erst einmal mit der Kompilierung von Programmen anzufangen. Bei anderen Distros heißt es möglicherweise auch anders, einfach nur GCC oder andere Package-Namen. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Unter Art zum Beispiel müsste man diese Komponenten dann auch einzeln installieren. Ja, GCC und so weiter. Der einfachste Weg, jetzt diesen Kernel so zu konfigurieren, wie du willst, egal welchen Weg du jetzt gehst, ob du den jetzt von Grund aufbaust mit den Komponenten, die du brauchst oder auf der bestehenden Variante aufbauen möchtest, das Beste ist, wenn du hier sagst, make menu-config. Das dauert dann einen Moment und was das macht, ist, dass es dir so ein Menü hier aufgerufen wird, in dem du jetzt in jede Kategorie gehen kannst und dann nach und nach die Komponenten an- oder abwählen kannst, die du brauchst bzw. auch nicht brauchst. Da haben wir hier zum Beispiel Firmware-Drivers. Wir können mal gucken, was ist hier alles drin und könnten dann Dinge an- oder abwählen. Zum Beispiel hier Google Firmware-Drivers könnte ich jetzt anwählen oder auch abwählen. Mit so einem Stern wird das mir dann angezeigt und könnte mit einem Enter hier in das Untermenü gehen, um zu gucken, was ist hier eigentlich drin in diesen Google Firmware-Drivers. Wenn ich jetzt also beispielsweise die Core Boot Table Access bräuchte, dann könnte ich die antickern mit der Leertaste, dann steht da ein M. Das M bedeutet Modul, also dieser Teil würde dann im Kernel als Modul kompiliert werden. Und wenn ich nochmal drauf ticker, dann wird es ein Stern und dann wird es auch direkt in den Kernel verbaut. Das wird dann in den Kernel kompiliert und wird sich dann in der resultierenden Kernel-Datei befinden. Ja, ich schalte das jetzt mal wieder ab. Und so kannst du bei den einzelnen Dingen vorangehen, um dir das herauszusuchen, was du brauchst. Das geht auch ganz gut für Device-Drivers. Das ist eine ganz populäre Sektion. Da haben wir unter anderem auch Grafik-Treiber, die hier gewählt werden können. Hier zum Beispiel Graphics Support. AMD GPU, das ist wahrscheinlich der wichtigere, wird hier erstmal als Modul verbaut. Aber dann in dem Modul werden dann diese Dinge dann mit verbaut. Du siehst also, die Möglichkeiten, die du hier hast, sind extrem weiträumig. Und du solltest also dann schon genau wissen, welche Komponenten du brauchst und welche nicht. Du gehst also im Wesentlichen durch diese gesamte Liste durch, schaust, was du so brauchst und schlussendlich gehst du dann hier heraus und kannst entscheiden, ob du die Konfiguration speichern möchtest oder nicht. Idealerweise sagst du hier jetzt Yes. Und dann steht hier, dass die Konfiguration auch entsprechend dann gespeichert wurde. Wenn man jetzt also mit dieser Angelegenheit glücklich ist, diesen Kernel dann zu bauen, dann sagt man im Prinzip nur noch Make. Oder je nachdem, wenn du auch mehrere Prozessorkerne anwenden möchtest, kannst du ja auch sagen Minus J3. Dann würde ich jetzt zum Beispiel drei Prozessorkerne bei mir einsetzen, um die Kompilierung des Kernels ein bisschen zu beschleunigen. Ja, aber denke daran, der Erliebungskernel ist ein gewaltiges Programm. Das kann eine ganze Weile dauern, bis dieser also dann wirklich fertig ist. Bringe also ein bisschen Geduld und Zeit mit, weil, wie gesagt, das kann durchaus eine ganze Weile dauern. Ich könnte jetzt also die Kompilierung dieses Kernels hier anstarten, indem ich sage Make Minus J3. Dann fängt er an, das ganze Ding zu kompilieren. Und wie gesagt, das dauert es eine Weile. Ich werde es jetzt nicht fertig machen, weil das würde jetzt hier den Zeitraum sprengen. Aber so geht das dann die ganze Zeit weiter. Also nicht wundern, wenn da Quellcode und so weiter oder Warnungen erscheinen. Tut nichts zur Sache. Das geht erstmal so weiter. Und hier mit dem M in Klammern, da siehst du, dass hier ein Modul entsprechend kompiliert wurde anstelle von systeminternen Dingen. Sobald also dieser Schritt dann abgeschlossen ist, wenn also der Kernel dann vollständig kompiliert wurde, wäre es erstmal wichtig, diese Treiber bzw. die Module, diese dynamischen Kerneldinger, dass man die zuerst installiert und zwar mit Make Modules Install. Mit diesem Befehl macht man das, kann ich jetzt nicht ausführen, weil der ist ja jetzt hier nicht fertig kompiliert. Dieser Befehl wird aber die Module, die dort herausgekommen sind, in ein entsprechendes Verzeichnis bringen, welches da heißt Slash Lib Slash Modules. In diesem Slash Lib Slash Modules, im meisten Fall heißt es so, gibt es dann wieder Unterverzeichnisse für den jeweiligen Kernel. Nachdem du also diesen Befehl abgesetzt hast, diesen Make Modules Install, gibt es nur noch eins zu tun und das wäre dann Make Install. Und das wird dann den Kernel entsprechend in das Bootverzeichnis bringen, also in das Slash Bootverzeichnis im meisten Fall, wo sich dann eine neue Datei befinden wird, die meines Wissens nach dann auch nur so heißt, vmlinus, die man dann entsprechend umbenennen muss. In einigen Distros ist das dann ein bisschen anders, dass der dann auch schon die entsprechende Version hat. Bei meinen Versuchen war es dann einfach nur so und das kann man dann auch ändern. In einigen Fällen wird dann auch dieses System Map dort dann mit installiert. Das ist dann so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Landkarte von den Dingen, die sich in dem Kernel befinden. Und anschließend ist es dann natürlich erforderlich, wenn du das hier alles gemacht hast, dass du dann sagst, dass dann die Konfigurationsfile in dem Grub neu erstellt wird und der Kernel dann auch in das Grub-Menü eingetragen wird, damit du schlussendlich dann von diesem System dann booten kannst. Das ist es dann auch erst einmal gewesen mit der Kompilierung und Installation dieses Kernels. Jetzt gibt es möglicherweise die Situation, so wie ich sie jetzt zum Beispiel neulich hatte, dass ich gerne mein Netzwerkkabel abkoppeln möchte und den PC im WLAN betreiben will. Zunächst einmal ist es dann wichtig, dass wenn du eine eingebaute WLAN-Komponente in dem PC hast, dass diese im BIOS eingeschaltet ist. Das war sie bei mir nicht, damit diese überhaupt erst angesprochen werden kann. Bei einem Neustart war es aber dann nicht so, dass hier oben dieses WLAN-Menü erschienen ist. Also musste ich da hergehen und ein bestimmtes Paket hier installieren. Das hieß, glaube ich, IWL-WiFi, also IWL-WiFi-Backports, glaube ich, hieß das. Das musste ich hier in das System installieren, was dann entsprechende Module hier ins System gebracht hat, was wiederum eine Neukompilierung der Init-RD ausgelöst hat und der Grub wurde da neu geschrieben und so. Es gibt dann die Situation, dass bestimmte Kernel-Module dann auch beim Systemstart geladen werden sollen, damit die Komponenten, die du im System hast, angesprochen werden können und korrekt funktionieren, damit schlussendlich hier oben auch so ein leckeres WLAN-Menü hier erscheint. Wie geht das? Je nach Distro ist das unterschiedlich. Bei einigen Distros kann man das in einer Text-File machen, die heißt ETC und dann einfach nur Modules. In meinem Fall ist diese Datei leer, weil das hier in dem Ubuntu oder was mit Verzeichnissen geregelt wird. In meinem Fall ist es dann eher unter etc.modpro.de. Das ist ein Verzeichnis, in dem sich die Dateien befinden, die berücksichtigt werden sollen, wenn das System gestartet wird bzw. welche Module vom Kernel dann beim Systemstart aufgerufen werden sollen bzw. welche auch übersehen und ausgelassen werden sollen. Da gibt es hier einige Einträge wie z.B. Blacklist-Firewire, weil ich habe keinen Firewire. Einträge, die besagen Alsa Base, das ist dieser Soundtreiber, der genau bestimmt, welche Module geladen werden sollen und wie sich die Module dann verhalten. Andere sind dann hier geblacklistet, wie z.B. Radeon. Und der Eintrag, der dann dort dazugekommen ist, ist dieser hier für IWL-WiFi, also Intel-WiFi. Wir können jetzt sagen IWL-WiFi. Können da mal reingucken und dieses Skript wurde automatisch beim Installieren dieses Moduls erstellt und besagt im Wesentlichen, dass das korrekte Intel-WiFi-Modul im Kernel gefunden und dann geladen werden soll. Das musste ich dann über mich ergehen lassen. Nochmal einen Neustart und anschließend konnte ich dann hier diese WLAN-Geschichte, die auf diesem Asus-Motherboard ist, ganz normal verwenden, das WLAN auswählen und konnte mich dann auch in das Netzwerk verbinden und alles hat ganz normal funktioniert. Im Wesentlichen habe ich die Informationen jetzt hier von diesen paar Seiten gefunden, verlinke ich dann natürlich alles in die Infoboxe und ich bin dann jetzt erstmal soweit mit diesem Video durch. Und wenn es dir dann gefallen hat, dann lass mir mal einen Daumen hoch da, das würde mich freuen. Ansonsten gibt es gleich zwei weitere Videos von mir auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kannst du diesen Kanal oder meinen Musikproduktionskanal Marcus Sonic abonnieren. Und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.